Da sind wir bei der letzten Folge dieser Sessione. Und jo, einer kommt. Ich bin hier. Ich werde das Inventor nehmen. Wird er auch noch einmal fertig. Der hat da jetzt überhaupt was mitgenommen? Ich bin aufgeladen. Ich sehe dich wieder in der Basis. Ich sehe dich bald. Hey, das ist er doch, oder ne? Oder ist das... Ja. Nee, Sam ist ja die andere. Maja. Ach doch, Tatsache. Gibt ja doch noch. Ich habe das gefunden, als ich raus war. Mein Hero. So. 25 Materialien haben wir doch. Haben wir nicht. Okay. Aber vielleicht können wir irgendwas anderes noch verbessern. Besonders, wenn wir schon mal hier sind. Das ist... Kostet alles 25, oder? Oh, leck mich doch. Ach, Mann. Ich hoffe bloß, wenn wir jetzt nochmal was holen. Äh. Dass sich das lohnt. Was hat denn der Typ jetzt endlich geholt? Der andere. Hä? Das ist besser. Ich hoffe, das Problem ist. Oh,aras? Was ist das? Der holt jetzt darum nach alles ab oder wird Posit 1-1 Tango Mike Papa 2-5 Delta-0-5 Papa You know, if we don't help out soon, it may be too late Do what you can I'm hearing reports about some trap survivors They need you to bail them out of a jam Baumaterialien, sehr gut, 35 Ähm, nein, nein Zack So, Baumaterialien ist automatisch weg Aber gut Zu wissen, wie das jetzt funktioniert So, dann können wir ja noch was in Auftrag geben Hier können wir nichts machen Ich vermute hier fehlt irgendwas, ne, aber frag mich nicht was Kleidung Schlafbereich vergrößern Wachtturm Und eine Stunde dauert das Okay Äh, vielleicht sollte ich ein bisschen Munition noch einpacken Haben wir da was im Angebot? Video Kann ich nicht befestigen? Okay Warum auch immer Warum auch immer Na gut Weiter geht's Was haben wir jetzt hier in der Nähe? Trubsüchtiger Freundin Nöd To this Nöd To this Nöd I'll check this out next Copy that Dage Anybody at home? Dage 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 Danke. Los geht's. Okay, ich denke ich bin bereit zu gehen. Ach, von der kommt auch noch einer. Nö, 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 nö. Das haben wir nicht gewettet. Noch einer. So, abwärtsch. So, abwärtsch. Oopsie. Ich will mal noch gucken bei dem anderen Ding, ob wir da auch noch Baumaterial hinkriegen. Das wäre ja theoretisch hier. Hier. Gucken wir mal dahin. rope mit dem? Wie ein cockt reinscher. Ein Whip. Ich brauche nichts. Das ist die Frage. Ähm. Kommt man hier hin? Was ist hier noch? Sehr schön. Wobei das jetzt ein bisschen irritiert, ne? Jetzt ist hier so ein Punkt für keine Ressourcen mehr. Aber theoretisch wäre der Rucksack noch da. Kann ich denn, wenn ich hier bin, die Sachen auch einfach hier abladen? Das ist mal noch eine Frage von mir. Ich gehe nach Hause. Ich habe das, wenn ich hier bin. Schon wieder er da oben, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn der Pastor? Na gut. Cool. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Or we can just drive around for a while and see what we see. Your call. Oopsie. So. Wo muss man hin? Ach du Jot. Ach du Gott. Das ist ja richtig weit weg. No gut. No gut. No gut. Ich glaube ich fahre einfach hier die Strecke lang. Jetzt hätte ich mal drauf achten sollen, wo sie das gesagt haben, bei welchem Gebäude eben. Bühne ich nicht. Da geht's. Ja. Dämonie. No gut. Dämonie. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder ob man einfach an drei verschiedenen Gebieten dann startet, also auf derselben Map quasi. Ja, wenn ich ein Kind war, meine beste Freund, Sally, sie lebte in diesem Haus. Und ich war so stolz, ich wollte immer hier leben. Na dann, schauen wir in die Mitte. Jesus! Ich kann nicht sehen. Sie? Help me. Was war das? Ich weiß nicht. Das sieht nicht aus wie eine Krankheit, die ich nie gesehen habe. Du? Nein. Vielleicht müssen wir gehen, oder? Hm. Ich vermute mal fast, das gehört jetzt zur Hope-Mission, oder? Ja. 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 Tyfford. Ja! lt Ich muss funken, um hier die Heimatbasis zu verlegen. Wir können wahrscheinlich unsere Gefahren aufbauen, nur um sicher zu sein. Wir brauchen mehr Menschen, wenn wir alle die Begriffe haben. Na gut, ich hoffe, er hat jetzt hier eigentlich auch gespeichert, weil wir sind jetzt eigentlich am Ende der Zeit eingekommen. Wir werden sehen. Spitze bedanke mich. Bis denn.